hallo billi hallo kleiner kleiner großer so dann gucken wir mal was man aus der mähne noch machen sieht echt schlimm aus das ist sehr billi hier ist es schöner und ich weiß du schwitzt hier drunter bestimmt auch sehr ja er schwitzt unter dem männer jetzt habe ich dem billi mal die mähne gemacht und ja das rote leuchtende augen kommen von meiner kamera weil die jetzt gerade ein respektiv licht hat aber die mähne sieht ganz gut aus nur was mir aufgefallen ist hola hola nicht schuban nein nicht schon wieder scheuern ich kann dich hier scheuern kann ich hier kreuen hier ist nämlich aufgefallen dass der an den ansätzen ich finde jetzt gerade keine gute stelle ja hier sieht man es vielleicht ein bisschen der ist da sehr wund genau da so überall also die ganze mähne entlang den ganzen mähnen ansatz entlang ist er wund ich möchte gern von euch wissen ob man da was gegen machen kann und wie man das am besten vermeiden kann dass er genau das macht was er jetzt tut ist gut kleiner ist gut ja richtig putzen muss ich denn wahrscheinlich morgen oder samt sonntag mal sehen weil ich jetzt gleich wieder nach hause muss aber so hat er schon mal vorne was zu sehen ja du kannst wieder was sehen willst du jetzt zurück zu den anderen ne ja das ist also der billi es haben sieht auch wieder schlimm aus man sieht sogar gerade nicht so kuckuck baby face und die rosinase hier wenn du nicht so dreckig wärst an der nase wird man auch richtig flauschig streicheln können ja du kommst jetzt wieder zu den anderen also falls euch was einfällt män ansatz mäßig wegen den rosa stellen im män ansatz ich weiß nicht sieht man jetzt eine zappelig billi na sieht man jetzt nicht auf jeden fall hat er hier alles abgescheuert und ich sehe aber nicht dass er irgendwie schuppen hat trickige ohren hast du schuppen irgendwie nicht aber der hat hier alles so kurz abgeschubbert und ja ich wäre sehr dankbar über ein bisschen hilfe